Hallo Welt, da sind wir wieder, hier auf dem Mars. Ich glaube, wir sind hier, haben wir unserer Ortschaft eigentlich schon einen Namen gegeben? Ich glaube, wir sind auf Sol 28, aber ich glaube, das ist eher die Zeit, oder? Ist mit Sol nicht eigentlich die Sonne gemeint? Ich weiß es nicht. Wir haben einen Rohrleck. Ich sehe aber gerade nichts. Doch, jetzt sehe ich was. Und es ist Energie sogar. Hier ist aber schon einer beschäftigt, das zu reparieren, hoffe ich. Ja, und irgendwie kümmert sich hier einfach niemand um die Energie. Ich weiß nicht, wie wir unsere Drohnen dazu bringen können, euch doch endlich hier mal um die Energie zu kümmern. Von mir aus schickt auch fünf Drohnen hier hin, die sich... Wir haben zu viele Drohnen im Einsatz, die sich hier um die... Um den Müll hier kümmern. Wir können auch fünf Drohnen gleich an so einen Rohrleck hier schicken, weil das ist ja doch schon... Ziemlich kritisch, oder? Dieser Rohrleck. Dieser Abschnitt des Netzes hatte eine Fehlfunktion und ist jetzt undicht. Er kann für ein... Ja, Beton wahrscheinlich... Von Drohnen repariert werden. Für größere Netze... Größere Netze sind anfälliger für Fehlfunktionen. Verliert 3,7 Wasser pro Stunde. Verliert 1,8 Sauerstoff wahrscheinlich... Ja, ach, jetzt erkenne ich es. Oh, zwei. Pro Stunde. Das ist nicht gut. Das ist... Das gefällt mir nicht. Und diese Drohne. Was machst du? Stehst nur da rum? Kümmer dich doch mal hier drum. Willst du nicht? Eine automatisierte Einheit, die von einem Drohnenhub, einer Rakete oder einem ferngestarrten Rover gesteuert wird, sammelt Ressourcen, errichtet Gebäude und führt Wartungen durch. Ja, Gebäude errichten bitte. Hallo? Falsche Richtung. Aber egal. Macht doch ruhig. Ach. Achso, ihr habt euch an die Kälte schon gewöhnt und dass ihr keine Energie habt. Ich sehe schon. Jetzt habt ihr schon... Denkt ihr wieder an die Dollars. Auf dem Mars werden wir kein Geld einführen. Es gibt kein Mars-Geld. Und schon gar keine Euros. Wenn überhaupt, dann führen wir die D-Mark ein hier. Nee. Nee, nee. Kein Geld. Ihr werdet nach Punkten bezahlen. Dann hier höchstens. Was haben wir denn hier Schönes? Hier brauchen wir eine Wasseranbindung. Ein Rohr sozusagen. Ah, dann verlegen wir mal unser Rohr hier. Moment. Rohre. Zack. Und geht nicht. Schade. Können wir nicht höher bauen? Da ist was im Weg. Ja, und nun? Ja, wir bauen hier oben das hin. Und da kommt dann so ein Wasserturm hin. Und das geht dann direkt hier rein. Aber so direkt verbinden können wir das jetzt nicht. Was ist denn da im Weg? Was ist denn da? Achso, wir können hier über den Solardingern können wir was rüber bauen. Egal, wir bauen das so. Nach wie vor, es ist ein bisschen abenteuerlich noch. Es ist noch ein wenig abenteuerlich. Aber jetzt kommt es hier an. So, machen wir das. Zub. Passt schon. Ja, aber nach wie vor. Ich frage mich, warum sich hier um keiner kümmert. Kommt da keiner hin? Oder haben wir zu wenig? Oder wie kommt das? Baut du das fertig hier. Oh, das können wir gut steuern. Achso, Moment mal. Einmal raus. Raus. Oh, das mit dem Scannen dauert jetzt aber auch. Was? Ressourcenknappheit. Nahrung. Ja, weil hier oben auch gar keine Energie ist. Weil das baut ja auch keiner fertig. Ich frage mich, wie die hier das mit dem Wasser fertig gebaut haben. Da tut sich ja ein bisschen was. Batterie inaktiv. Achso, wir haben den ferngesteuerten Erkunde ausgewählt. Ach, den gucken wir uns bei Zeiten doch gerne nochmal an. Ach, Prioritäten setzen. Moment mal. Wie war das? Wie geht das mit den Prioritäten? Ah, Priorität ändern. Die Priorität beeinflusst, wie oft dieses Gebäude von Drohnen gewartet wird und wie viel Strom und Lebenserhaltung dafür aufgewendet werden. Es werden keine Benachrichtigungen für Gebäude mit niedriger Priorität angezeigt. Priorität Mittel. So, wir können die Priorität also erhöhen, verringern und Priorität aller ändern mit der Steuerungstaste und der linken Maustaste. Ja, erhöhen wir die mal. Das ist wichtig, damit wir hier Strom haben. Ich frage mich, wie machen wir das? Wie können wir Drohnen? Ach, Moment mal. Mehr Drohnen bräuchten wir vielleicht. Dann würde das schneller gehen. Wie viele Drohnen haben wir denn? Wo ist denn so eine... Hier bewegt sich eine. Wie viele haben wir? Wo steht das? Drohnen. Eine Drohne umbenennen. Ach, wie schön. Lege einen Namen fest. Wow. Ja, das könnte aber... Das könnte ein Abenteuer werden. Ah, hier drüben bauen sie. Warum bauen sie dann hier nicht? Jetzt. Ich glaube, ich weiß, warum nicht. Oh, Moment. Nein, 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 nein. Mach das weiter, was du da gemacht hast. Ruhig. Oh, jetzt haben wir sie aufgehalten. Jetzt weiß sie nicht mehr, was sie... Ich weiß auch nicht. Sektor scanned. Sektor C0 gescannt. Jetzt ist er... Ach so, jetzt ist er da. Okay, alles ist gut. Okay, aus Versehen haben wir irgendeine Drohne wieder rausgerissen. Und ich bin gerade drauf gekommen. Drohnenhub haben wir nämlich hier. Ja doch, nee, das kann es nicht sein. Ich dachte nämlich vorhin, dass dieser Drohnenhub, den wir haben, dass der nur so einen Umkreis hier ungefähr hat. Und dass dann also hier die Drohnen was machen. Und dann hier drüben kommen sie gar nicht an. Ja, irgendwie transportieren die hier in einer Tour irgendwelche Sachen, aber sie kümmern sich überhaupt nicht hier um die Energieversorgung. Ja gut, dann versuchen wir das. Wir bauen nochmal hier einen Drohnenhub. Können wir gar nicht. 0 steht. Für dieses Gebäude brauchst du 5. Brauchst du nicht 5? Nein, du brauchst Fertigbauteile. Nutze eine Nachschubrakete, um weitere Fertigbauten von der Erde zu holen oder erforsche die entsprechende Technologie. Da haben wir aber jetzt Pech. Was wird das so dunkel hier? Gärten, Parks und einige andere Dekorationen können von Kolonisten besucht werden und erfordern keine zusätzlichen Arbeitskräfte. Vorgeschlagenes Gebäude, ein Garten. Ach so, jetzt habt ihr auf einmal wieder Strom. Wie kommt denn's? Wie kommt das? Also hier, das Gebäude hier, das steht schon so lange hier. Ach, wir haben immer noch keine Maschinenteile. Es werden keine weiteren Windkrafträder entstehen, weil wir keine Maschinenteile mehr haben. Ja, oder wir müssen hier diese Solarteile, Solarkollektoren abbauen. Aber das möchte ich nicht. Die haben wir jetzt einmal. Was war denn das? Haben wir. Für den Notfall tun die es auch immer noch. Ja, aber da ist ja nichts. Die bringen ja nichts. Aber sie könnten... Ah. Ah ja. Sektor gescannt. Aber da haben wir noch nichts. Da, da, so weit können wir nicht bauen. Wir haben ja keine Teile mehr. Ja, hier brauchen wir Strom. Und Strom können wir nicht herstellen, weil wir keine Ersatzteile mehr haben. Und was ist das? Drohnen-Hub. Aktueller Status-Defekt. Drohnen erhalten keine weiteren Anweisungen. Kontrolliert also Drohnen und teilt ihnen unterschiedliche Aufgaben mit. Wo ist der denn? Der hier, der ist nicht defekt. Der hat keine Energie. Nicht genug Strom steht. Hm. Ja, steht doch da. Also wir können jetzt Maschinenbauteile nur von Erde erhalten. Anders geht es nicht. Oder wir müssen ja alles abreißen. Dann kriegen wir aber nur die Hälfte von dem, was wir reingesteckt haben, wieder. Hm. Können wir das hier nicht verbessern? Oh. Ein ausschalten. Moment. Was können wir denn, was brauchen wir denn im Moment nicht? Beton? Wasser? Strom? Ich glaube, Wasser haben wir zu viel. Schalten wir das mal aus, oder? Nein, wir setzen die Priorität runter. Nein, ausschalten erst mal. Schon haben wir Strom. Für die Kuppel wenigstens. Aber irgendwas steht... Ach so. Das waren Dinge hier. Oh, ja. Das hatten wir ja schon. Ah. Nur keine Panik jetzt. Hm. Aha. Ach so, ja. Vor Katastrophen werden wir wenigstens schon mal gewarnt. Was, was, was? Ach so, das Licht geht aus. Es wird Tag. Seid ihr denn alle glücklich hier? Dir zum Beispiel. Wie geht's dir? Moral. 54 nur repräsentiert die Zufriedenheit, den Optimismus und die Loyalität. Alle anderen Werte wirken sich auf die Moral aus. Beeinflusst die Arbeitsleistung der Kolonisten. Wenn die Moral zu tief sinkt, können die Kolonisten zu Abtrünnigen werden. Ach was. Gesundheit wie ein Stier. Oh ja, wenn sie abtrünnig werden können, dann müssen wir sie aber, dann müssen wir noch eine Kuppel bauen, wo wir sie dann hinschicken. Oder ein Gebäude, wo sie alle reinkommen und dann lassen wir einen Stein drauf fallen. Ups. Nein, so macht man das doch nicht. Aber war doch lustig, oder? Die Idee. Hm. Ich weiß, wir sollten einen... Komm, wir bauen einen Garten. Wenn die unbedingt wollen, dass wir einen... Wo wird das angezeigt? Hier unten. Der Garten. Was kostet der denn? Hm. Ein Erholungsareal. Mit angelegter Vegetation. Services, Entspannung, Trainieren und Spielen. Ach ja, Kosten 4. Was ist das denn? Ersatzteile? Das? Mit den Zacken? Die Bergen? Berge? Nein, Ersatzteile ist das mit dem... Ah, Maschinenersatzteile. Da steht es auf der rechten Seite. Da steht es. Das... Ersatzteile sind die mit dem Zahnrad dran. Beton. Das ist Beton. Beton haben wir 26. Das reicht. So groß ist dieser Garten. Wollen wir den hier außen hinbauen? Ja, oder? So. Dachte ich. Oder direkt auch zentral... Wir können ja nicht alles zentral bauen. Nee, den bauen wir so ein bisschen nach draußen außen. Da kriegt er auch schön Licht. Ach so, das dauert, bis der fertig ist. Na egal, Sachen aus Beton können wir noch bauen. Ja, wir haben uns ja immer hier auf diese Windkraft... Larn... 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 Nochmal? Auf was? Auf die Windkraftanlagen haben wir uns konzentriert. Vielleicht können wir ja ohne... Ohne diese... Moment. Vielleicht können wir ja ohne diese... Na, warum kann ich nicht? Ach so. So geht das. Okay. Alter, Alter. Ohne die... Ja, Maschinenteile. Vielleicht können wir ja was anderes bauen, was uns Energie bringt. Mal gucken. Energie. Kosten. Ja, Metall. Hier zum Beispiel. Diese Teile. Ah, ja. Und das hier können wir gar nicht bauen. Und sowas könnten wir ebenfalls bauen. Polymere haben wir. Nicht sehr viele, aber für zwei reicht das. Also einen Stromakku könnten wir bauen. Ah, jetzt wird's klar. Okay, Wartung. Ach, dann bauen wir gleich welche von den Großen hier auf, finde ich. Ah, da haben wir uns auf die falsche Sache konzentriert. Und die können wir hier ruhig am Müll aufbauen. So, oder? Moment, wie teuer sind die Dinger? Ach, wir bauen doch total falsch. In alle Richtungen sollten sie gehen. Soll das nicht schön ordentlich aussehen, so wie man das gerne macht? Ordentlich. Ja, aber wir haben ja auch keinen Platz. Wir müssen auch am Platz denken. Von wegen ordentlich. Gut und schön, aber... Wenn wir nachher keinen Platz haben. Na, das reicht doch. So, die werden jetzt gebaut. Ja, da fahren sie auch schon hin. Ah, die holen immer die Ressourcen von hier ab. Na gut. Jo, ein größeres Lager brauchen wir gar nicht. Oder ist das hier schon voll? Bietet Platz zur Lagerung. Von 30 Einheiten jeder transportierbaren Ressource. Überschüssige Ressourcen werden automatisch zuerst. anderen Depots in Reichweite der Drohne gebracht. Standardressourcen. Beton. Nahrung. 3 von 30. Ach so, Beton. 21 von 30. Jetzt haben wir ja da hinten diese Solaranlagen in Auftrag gegeben. Nahrung. Sektor scanned. Ah, sehr schön. Wir gucken. Keine Ressourcen gefunden. Na schön. Nahrung. Na ja. Nahrung. 3 von 30. Das ist nicht viel. Edelmetalle haben wir keine gefunden. Und Metalle? 5,5 von 30. Ach, Moment. Beton. Wir brauchten Metalle dafür. Jetzt haben wir so viele Metalle da ausgegeben. Och, dann werden uns bald die Metalle ausgehen. Nächstes Problem wahrscheinlich. Polymere. Ja. Ja, dann warten wir jetzt erstmal, bis da die Dinger fertig sind, damit wir hier Energie haben. Noch sieht es ja ganz gut aus mit Energie. Und ja, das hätte man sich schon denken können, dass hier unten in dieser Gegend, ups, hier im Sektor, na, D0 zum Beispiel. Oder hier hat er, C1 hat er zuletzt gescannt. Dass da keine Ressourcen sind, hätten wir uns denken können. Aber wir hätten vielleicht hier ein paar Windkraftanlagen aufbauen können. Na egal. Ja, Ressourcenknappheit, Metalle. Warum sagt er das vorher nicht? Och, ehrlich. Die fangen an, alles zu bauen und sind ja schlimmer als Menschen. Und dann gucken sie, wenn nichts mehr da ist. Ich denke, die bauen immer eins nach dem anderen auf. Und die sind nicht verbunden. Muss mit einem Stromverbraucher verbunden werden. Ja, und, warum macht er das nicht? Der steht doch, wir haben das doch direkt da dran gebaut. Habt ihr keine Kabel? Stromkabel. Ah, da ist das Rohr. Ach, wenn wir das jetzt abreißen, dann ist es weg, oder? Moment mal. Wo war das denn mit dem Abreißen? Ah, hier, am Anfang, Ausschlachten. Geht ja nicht anders, meine ich. Schnellkabel gelegt. So, Stromkabel also. Passt. Ausschlachten. Moment, Moment, da fällt mir gerade was ein. Ausschlachten. Hier. Das können wir uns... Ach so, können wir gar nicht nach unten legen. Okay. Hey, hey, nein, die nicht, die nicht. Ich wollte die nicht ausschlachten lassen. Hm, zu spät. Ja, aus Versehen habe ich die kaputt gemacht. Ach so, Moment mal. Es wird Nacht. Die habe ich gar nicht kaputt gemacht. Haha, ja gut. Okay, in der Nacht ist es dunkel. Also, in der Nacht gibt es keinen Strom. Nachts wird es kalt. Tut mir leid. Wie sieht es jetzt aus mit der Ressourcenknappheit? Metalle. Ach, wo sollen wir denn Metalle finden? Was, was, was ist passiert? Forschung abgeschlossen. Ach so. Wo, was hat er hier erforscht? Ah, Low-G, Turbinen, Physik. Windgrad, äh, Windrad-Upgrade. Polymer-Rotorblätter wurden erforscht. Erhöht die Stromerzeugung um 33%. Automatisch? Dank unserer Beobachtungen und Fehlerbehebungen auf dem Mars konnten die Ingenieure Technologien entwickeln, die die Effektivität der Windräder erhöhen. Ja, somit sollten wir doch jetzt genug Energie haben. Oh, hoppla. Nein, irgendwie noch nicht. Okay. Oder? Ach, für die Wartung brauchen wir auch noch. Ja, alles klar. Wir werden hier, wir werden bald keine Energie mehr haben. Eines Tages. Weil wir keine Ressourcen mehr haben. Ah. Hm. Ja, sollen wir dann hier nicht eine abreißen? Was ist das? Drohnenhub? Fünf? Was? Kontrolliert. Kontrolliert Drohnen und teilt ihnen unterschiedliche Aufgaben zu. Gering? Was? Aktualer Status. Drohnenlast gering. Drohnenfünf? Ja, ich möchte ja gerne weitere Drohnen kaufen, aber... Wie machen wir das denn? Starten. Ohne Treibstoff. Das wird schwierig. Automatisierter Modus. Exporte zulassen. Verbieten? Priorität ändern oder ausschlachten? Hm. Nein. Nein, 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 nein. Das machen wir jetzt nicht. Ah, ich hätte ja gerne so einen Tunnel nach da unten gebaut. Da gibt es nämlich Ressourcen. Vielleicht. Wie lange dauert die Nacht denn noch? Die Leute frieren wieder, oder? Die Leute sind schon alle abgehauen. Die sind alle im Garten. Nein, auch nicht. Vielleicht schlafen sie wirklich. Hier ist da einer. Oha. So, haben wir mal etwas beschleunigt hier? Damit der Tag... Der Tag wiederkommt, wollte ich sagen. So, da gehen sie schon auf, unsere... ...Solar... ...Flügel hier. Aber die... ...die bringen nicht ausreichend Energie. Und außerdem fehlt es auch an Nahrung, meine ich. Ja, und jetzt? Ach, hier oben geht schon eins kaputt. Oh nein. Erstmal sollten wir diese Teile hier abreißen, die wir nicht brauchen. Und hier drüben, das bringt ja auch nichts. Ich weiß, hier unten, die bringen auch nichts. Schade. Das Ding hier bringt übrigens auch kein Beton mehr, wenn es kaputt ist. Aber wir können es nicht reparieren, weil... Oh. Wir haben keine Maschinenteile mehr. Wo sollen wir die denn herbekommen? Ja, da können wir nur unsere Rakete... ...auseinander nehmen. Wir haben ja noch eine. Ja, aber unsere Rakete, ist die nicht sowieso Unsinn? Nein, die steuert doch hier auch die ganzen Drohnen. Was ist das? Staub. Angesammelter Staub, 0%. Oh, schön. Batterie, 69% auch gut. Ja, dann lassen wir das erstmal so. Hey, wir haben euch da diese Dinger aufgebaut. Die merken das gar nicht. Metalle und Nahrung fehlt schon. Gründerstadium. Na, wie oft noch? Kann man das hier nicht mal... ...wegbekommen? Okay, wo sind unsere Scans? Haben wir irgendwas gefunden? Können wir unseren Rover dorthin schicken? Nein, es ist noch dabei. Der braucht aber auch Energie. Ja, und der muss auch gewartet werden und braucht auch... ...Strom? Ja, Energie, habe ich gesagt. Den könnten wir aber auch auseinander nehmen. Ja, aber den brauchen wir. Nein, 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 nein. Der soll nicht fahren. Oh. Na, egal. Ja, da fangen jetzt doch so langsam die Probleme an. Ich will immer etwas weiter rauszoomen, damit ich das hier besser sehe. Aber das geht nur bis hier hin. Ach so. Ja, so. Ganz schön groß, das Fahrzeug, oder? Jetzt echt. Ihr habt immer noch keine Energie. Warum denn nicht? Wie viel braucht ihr denn? Wo ist denn hier Energie bei euch? Ach hier. Der gesamte Verbrauch der Kuppel und aller Gebäude in ihr wird auf der Infotafel angezeigt. Der individuelle Verbrauch der Kuppel steht in Klammern. Der rote Text zeigt an, dass die benötigte Ressource nicht vorhanden ist. Hm? Aber 15 in Klammern haben wir doch. Wir haben 18. Nein, wir brauchen vielleicht 18. Andersrum. Stromnetz, Netzparameter, Stromerzeugung, 34,7. Maximalproduktion, 34,7. Stromverbrauch, 23. Gesamtbedarf, 38. Aha. Gespeicherter Strom, 0. Sauerstoffproduktion, ne? Das läuft wenigstens. Das wäre aber auch arm, wenn es nicht laufen würde. Kann das nicht auf 100 sein? Na ja, das ist schon okay. So wie das Wasser. Wasser haben wir genug. Ja, aber unter Wasser können wir auch nicht atmen. Wie machen wir das denn mit dem Strom? Ach, Speicher aufbauen. Aber wir haben doch keine Ressourcen mehr. Ja, haben wir falsch gebaut am Anfang schon. Hätten wir mal anders machen sollen. Wir können ja versuchen, hier die Dinger noch abzureißen, die wir sowieso nicht brauchen. Und das hier und das da zum Beispiel. Das da auch. So. Und jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Nur keine Panik. Alle runter vom Mars. Das gibt hier sowieso nichts. Rover schon angekommen irgendwo? Was ist das? Metallvorkommen. Ach so. Oh, verteilte Metalle können von Drohnen oder ferngesteuerten Transportern eingesammelt werden. Aha. Was ist das? Polymervorkommen. Verteilte Polymere können von Drohnen oder ferngesteuerten Transportern eingesammelt werden. Wir haben noch keine ferngesteuerten Transporter. Polymere und so brauchen wir glaube ich nicht. Und das da ist alles nichts. Was ist das? Ressourcen. Ein Haufen verarbeiteter Ressourcen, die deinen Drohnen zur Verfügung stehen. Verfügbare Ressourcen. Beton. Drei. Aha. Oh nein, es wird schon wieder dunkel. Ja, dann hätten wir das von vornherein anders machen sollen. Wir hätten diese Solarteile hier, die hätten wir, diese Solarkollektoren hätten wir aufbauen sollen im großen Stil. Und dann hätten wir Akkumulatoren dazu bauen sollen. Und diese Windkraftteile, die sind zu teuer gewesen. So viele davon aufzubauen war nicht gut. Und jetzt haben wir den Salat. Können wir denn noch so einen Akku bauen zum Beispiel? Ja, für die Nacht. Wir könnten einen bauen. Steht hier nicht, wo man die hinbaut am besten? Ja, hier könnten wir das hinbauen. Ah, Moment mal. Wenn wir diese Windkraftanlagen haben, die produzieren ja rund um die Uhr Strom. Vielleicht produzieren die viel zu viel. Und da müssten wir vielleicht mehr von diesen Akkus aufbauen. Wenn die zu viel produzieren würden, dann würden die doch auch nachts hier mit Strom alles versorgen. Nein, so funktioniert das nicht. Viel eher sind die Akkus sinnvoll hier bei den Solarkollektoren. Und können wir sowas denn überhaupt bauen? Haben wir doch gerade geguckt. Ja klar. Da brauchen wir nur Beton und Polymere. Da haben wir null Beton und null Polymere von zweien. Irgendwas kommt da schon. Doch, das können die bauen, oder? Fährt einfach dran vorbei. Oh nein. Nein, die fahren jetzt hier hin und holen sich das hier. Beton. Dreimal Beton zum Beispiel. Die bauen das schon. Hm. Sektor Scanned. Ah, gut. Wir haben was gefunden. 80, 80 mal, was auch immer das ist. Und wir haben Dollars gefunden. Okay. Polymere haben wir außerdem gefunden. Ach, hier steht's ja. Ressourcenübersicht. Über diesen Sektor hier. Wie können wir denn hier was abbauen? Verfügbare Geldmittel. Das sind aber unsere verfügbaren Geldmittel im Allgemeinen, die wir haben. Das ist nicht das, was hier ist. Da steht's. Edelmetalle. 504. Qualität durchschnittlich. Aha. Das war alles? Ja, das ist doch schon gut. Wie können wir das abbauen? Hier ist unser Abbau. Ferngesteuerter Erkunder. Oh nein. Coldwave approaching. Nein, keine Kältewelle jetzt. Die haben noch keine... Schnell den Rover noch dahin schaffen, was? Ja. Die haben noch keine... Oh nein. Die haben noch keine Heizung und das Stromenergieproblem haben wir auch noch nicht geklärt. Sie werden alle sterben. Tja, und nu? Ja, dann haben wir ganz viele kleine tote Marsianer da rumliegen bald. Noch ist er... Doch, es ist denen kalt. Katastrophe beginnt aber erst in 16 Stunden. Ach, wie schön, dass wir vorgewarnt werden. Ja, dann können wir uns jetzt 16 Stunden Sorgen machen darum. Dass wir sowieso... Was können wir denn da jetzt machen? Hat er das schon abgebaut? Heute braucht er ewig um dahin... Ach so, Moment mal. So, bau das ab. Baut er nicht? Doch, baut er bestimmt ab. Inaktiv steht. Wie steht denn das? Ah, wir können noch keine unterirdischen Edelmetallvorkommen abbauen. Sobald Kolonisten auf dem Mars ankommen, können sie Edelmetall-Extraktoren bedienen. Und wie bauen wir die? Ja, aber dass wir zu spät kommen. Die Kältewelle wird uns überraschen. Edelmetall? Extraktoren, ja. Ach, guck an. Zu weit von Kuppeln entfernt. Oh nein. So, komme er schnell zurück. Vielleicht können die Leute sich da noch reinretten. Ja, aber der verbraucht auch immer Energie, wenn er hin und her fährt, oder? Betonvorkommen. Oh, davon gibt es ja reichlich hier in der Gegend. Ja, Wasser ist auch ordentlich hier, was? Ein unterirdisches Wasservorkommen. Kann mit einem Wasserextraktor abgebaut werden. Schon dabei. Beton, ja. Beton haben wir reichlich hier. Oh Mann. Elf Stunden nur noch. Oh nein. Wie machen wir das mit der Energie? Ja, dann schalten wir das hier mal aus. Und wir schalten, das bringt ja sowieso nichts. Oder bringt es nicht wenigstens ein... Oh, Moment. Die Leute rennen hier rum. Die wollen sich da was zu essen abholen, aber da ist nichts. Außerdem ist da kalt. Eispilze. Eispilze. Na, es gibt nur Eisblumen. Eispilze gibt es nicht. Oh. Dadurch, dass wir das ausgeschaltet haben, haben wir wenigstens jetzt ein bisschen Energie hier drin. Und wie es aussieht, dieser Strom-Akkumulator, der lädt sich auch gerade auf. Das ist vielleicht ganz gut für, wenn die Kältewelle kommt. Dann haben wir da noch ein bisschen Energie vielleicht. Können wir noch irgendwo Energie einsparen? Ah ja, Wasser haben wir genug, oder? Haben wir hier irgendwas ausgeschaltet? Lebenserhaltungsrohr. Transportieren Wasser und Sauerstoff. Wassernetz. Ja, Wasser haben wir kein Problem mit. Also selbst das könnten wir noch mal etwas runterdrehen. Was ist denn hier kaputt? Aha. Das müsste repariert werden. Dann können wir es auch ausschalten. Nein, es produziert ja noch. Noch geht's. Warum stehen unsere ganzen Drohnen hier nutzlos in der Gegend rum? Können die nicht irgendwas machen? Ja, was sollen sie denn machen? Tanzen? Die stehen doch gemütlich da rum. Sie haben nichts zu tun gerade. Da ist nichts los. Ach ja, ich weiß schon. Ach so, Moment mal. Das hier muss mit einem Wassererzeuger verbunden werden. Aber warum machen wir das denn nicht? Rohre. Nicht verbunden. Nicht verbunden. Nicht verbunden. Nicht verbunden. Wo haben wir denn? Was ist das? Sauerstoff. Okay. Das hier ist der Wasserturm. Ja, da ist ein Zeichen für Rohre. Also können wir das da wohl anbringen, oder? Mit Gebäude verbunden. Mit Gebäude verbunden. Mit Rohr verbunden. Geht das jetzt? Da kümmert sich niemand drum. Ach so, wir haben keine Metalle mehr. War ja klar, dass wieder irgendwas fehlt. Können wir das hier nicht? Oh nein. Wir können das richtig gut. Wo bekommen wir Metalle her? Vier Stunden noch. Dann wird es kalt hier, Leute. Zieht euch schon mal warm an. Wird das nicht so ein bisschen gebaut? Ach, das ist so... Was, was, was? Was ist passiert? Rohrlecks. Ein Rohrleck. Wo ist das? Das Rohr hier geht aber ganz schön oft kaputt. Vielleicht bauen wir das mal ab. Ach ja. Und keiner kümmert sich drum. Was macht ihr denn? Pause? Die kümmern sich einfach um nichts. Nun, wir haben keine Metalle mehr. Wie viel Beton haben wir denn noch? Ich mag das nicht abreißen. Das können wir wahrscheinlich nie wieder bauen. Wir haben eine Power-Shortage. Ja, doch. Oh, oh, die kuppelt schon wieder ohne Strom. Und gleich wird's kalt. Ich meine richtig kalt. Eiskalt. Ja, da können wir gerade gar nichts machen. Wir können hier das Wasser abreißen. Alles, die ganzen Rohre hier. Ach, Moment. Ist das nicht Sauerstoff? Nee, das lassen wir lieber. Sauerstoff haben wir sowieso nicht so viel hier gerade übrig. Ach Gott, Jan. Ja, ich glaube, das erste Mal geht immer schief bei uns, oder? Ich wüsste nicht, was wir machen sollen. Wir haben... Ach so, jetzt haben wir hier die Ressourcen. Was fehlt? Metalle fehlt. Beton haben wir genug. Nahrung fehlt. Und Edelmetalle fehlen. Aber dafür haben wir Polymere. Und wir haben elektronische Geräte. Jetzt wird's kalt. Jetzt geht's rund. Vier Sols dauert die Weltekelle. Die Kältewelle, meine ich. Wo... Fortschrittliche Ressourcen. Ja, haben wir genug von. Wir können jetzt zugucken dabei. Wir können mehr können wir nicht machen im Moment. Die Kolonisten sind auf der Brink der Dehydration. Die Kolonisten sind auf der Brink der Dehydration. Wir müssen etwas schnell herausfinden, bevor sie sterben. Ja gut, leider nicht. Die Kolonisten drohen zu dehydrieren. Äh, wenn wir ihr Leben retten wollen, müssen wir schnell eine Lösung finden. Wasser ist eine lebenswichtige Flüssigkeit für jedes Lebewesen. Der menschliche Körper benötigt ständigen Zugang zu frischem, trinkbarem Wasser. Sollte das nicht gewährleistet sein, verschlechtert sich sein Zustand rapide. Deshalb ist die Gewinnung von Wasser einer unserer größten Prioritäten. Tipp. Äh, Tipp. Kolonisten mit dem Status Dehydriert haben keinen Zugang zu Wasser und werden innerhalb kürzester Zeit sterben. Verbinde ihre Kuppel mit funktionierenden, wassererzeugenden Gebäuden oder gefüllten Wassertürmen, um sie mit Wasser zu versorgen. Was habe ich gerade gesagt? Ansehen. Ja, wissen wir ja. Was habe ich gerade gesagt? Wir wollten Wasser irgendwo ausschalten. Ach, das geht nicht, weil es überall friert. Hoffentlich platzt es nicht. Hey, hier haben wir Sauerstoff. Das geht noch. Ach. Ja, okay. Verbunden ist das zwar alles mit Wasser. Wie geht's euch denn hier? Okay, ihr seid nur am Frieren. Ihr seid noch nicht am Verdursten. Na, du hast ja ein bisschen Bauchweh vielleicht. Ich weiß, ihr habt keinen Strom und kein Wasser, aber... Ach, das übersteht ihr doch. Gesundheit 108. Dir geht's gut. Ach, das wird schon. Keiner hat gesagt... Hat keiner gesagt, dass ihr hier Party macht jeden Tag. Warum ist das hier alles so rot links? Ich hätte das gerne nicht so rot. Lieber blau oder grün wäre schöner. Naja, aber wenn... Rot ist eben eine Warnsignalfarbe. Das dauert auch nicht mehr lange. Vier Sohls. Vier Sohls und neun Stunden? Sind mit vier Sohls sind da etwa die Tage gemeint? Und ja, wahrscheinlich haben wir das noch nicht rausbekommen, was ein Sohls ist. Ja, selbst liebe Welt da draußen, selbst wenn wir das jetzt schaffen und wir überstehen das, wir machen mal die Geschwindigkeit an was anderes. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Wir können doch gar nichts mehr machen. Das Wasser ist gefroren. Energie haben wir auch keiner. Es wird kalt. Beschleunigen wir mal. Ja, hier steht, der Aufbau einer neuen Heimat auf einem fremden Planeten setzt zweifellos Enthusiasmus voraus. Schließlich ist eine Aufgabe der größte Antrieb. Seit der Ankunft auf dem Mars ist Livia Bergström sogar für einen Gründer überdurchschnittlich enthusiastisch und produktiv. Doch dafür gibt es eine einfache Erklärung. Livia Bergström liebt es, das zu tun, was Livia Bergström tut. Tipp! Der Gründer Livia Bergström hat die Eigenschaft Enthusiast. Ich sehe nicht. Kältewelle vorbei? Och, noch lange nicht. Wir haben doch schon die fünffache Geschwindigkeit. Das ging vorhin so schnell, als wir die Stunden gewartet haben auf die Kältewelle. Aber jetzt? Ach so, Moment. Ist sie etwa gestorben? Kann das sein? Nein, da ist doch keiner gestorben. Dann wird da irgendwie ein Kreuz sein oder so. Oder? Die rennen immer noch herum. Ja, genau. Bewegt euch etwas schneller, dann wird es warm. Unter der Kuppel müsste es doch alleine durch die Körperwärme schon richtig warm werden. Da, Sonnenkollektoren! Juchu! Zu wenig. Oh, wie jetzt ich? 23 Stunden noch? Drei Sols? Ja, so ein Sol ist nicht ein Tag. Das ist mehr. Ein Tag dauert ja 25 Stunden hier. Und die Nacht? Wahrscheinlich auch nochmal 25 Stunden. Das wird's vielleicht. Ja, nutzt uns das denn jetzt was? Wo ist das? Hier. Low-G-Antrieb. Robotik. Drohnen und Drover bewegen sich 25% schneller. Haben wir zwar erforscht, aber wir haben ja keine... Oh, Moment mal. Hey, hey, hey. Das kann man zur Seite scrollen. Das wusste ich aber nicht. Dann kommt ja noch richtig viel auf uns zu. Was ist das? Verhaltensformung. Sozial. Neues Spitzengebäude, Sanatorium, beinhaltet Kolonisten, um Schwächen zu beseitigen. Es gibt keine Grenzen für die Menschlichen, für den menschlichen Verstand, keine Mauern für den menschlichen Geist, keine Barrieren für unseren Fortschritt, bis auf die, die wir selbst errichten. Ronald Reagan. Aha. Ach, das haben wir bereits erforscht. Guck an. Interessant. Wir sollten das nicht... Ich dachte, wenn man das hier ausickst, dann geht das nach oben und wir können hier oben lesen, was da steht. Durchbruch. Geht nicht. Ja, Leute, ihr haltet schön durch, ja? Wie gesagt, kuschelt euch aneinander, was anderes bleibt euch nicht. Wenn ihr da rumrennt auf der offenen Wiese, da wird's auch nicht mehr. We gather here today to bid a final farewell to one of our finest. Eine Lobrede für einen Alltag, selten? Oh nein, ist jemand gestorben? Naja, wenn er tot ist, dann ist er ein Tod. Tod in der Kolonie. Tote Kolonisten, tatsächlich. Links steht es. Wir haben uns heute hier versammelt, um einem unserer Besten, Lebewohl zu sagen. So schwierig und schmerzhaft es auch ist, wir müssen akzeptieren, dass Erhard Lang tot ist. Als Freunde und Gemeinschaft möchten wir unsere Trauer zum Ausdruck bringen und den Verlust einräumen, den wir erlitten haben. Wir möchten außerdem einräumen, wie wichtig das Leben von Erhard Lang war. Erhard Lang ist ein Leben lang einer Vision gefolgt, die uns allen Schritt für Schritt die Möglichkeit eröffnet hat, auf dem Roten Planeten zu leben. Erhard Lang versuchte, nicht seine Spur in der Menschheitsgeschichte zu hinterlassen, da Erfolg keinen Spielraum für Versuche lässt. Erhard Lang wusste, was der Ruf des Schicksals war, kannte die Risiken und Chancen und machte das Beste daraus zu unser aller Wohl. Die Frage, was eine Person dazu bringt, das alles auf sich zu nehmen, können nur wir beantworten. Dies ist eine Frage, deren Antwort sich im Geiste von Erhard Lang verbirgt. Und das soll das Vermächtnis an uns sein. Effekt, Erhard Lang ist gestorben, Todesursache erfrieren? Hm, ach, das wundert mich jetzt. Tipp, jedes Mal, wenn ein Kolonist eines nicht natürlichen Todes stirbt, verlassen zwei Bewerber den Pool. Ach so. Wo ist der Friedhof? Ja, wenn das auch so lange... A colonist just snapped. Bus. Nervenzusammenbruch. Oh nein! Ein Kolonist hat gerade einen Nervenzusammenbruch erlitten. Novalee Persson hat vor der Ankunft auf dem Mars eine psychologische Konditionierung durchlaufen, wie jeder andere Kolonist. Dadurch soll garantiert werden, dass man mit widrigen Umweltbedingungen zurechtkommt. Die Menschen hier leben auf einer kargen, eiskalten Welt mit einer giftigen und beinahe nicht vorhandenen Atmosphäre. Der einzige Schutz vor all diesen Einflüssen sind eine zerbrechlich aussehende Kuppel und lebenserhaltende Maschinen. Dieser Beispiel, lose Alltagsstress, entzieht den Menschen langsam ihre Entschlossenheit. So genügt schon der geringste Schock oder Frust, dass jemand den Verstand verliert. Auf der Erde dienen Spaß und Erholung, nur der Unterhaltung. Doch hier sind sie für ein Überleben unerlässlich. Tipp! Der Verstand von Kolonist Novalee Persson hat einen kritisch niedrigen Wert erreicht. Er richte funktionierende Gesundheitseinrichtungen in Kuppeln und vermeide, dass die Kolonisten zu stark ausgelastet sind und zu viele Nachtschichten haben, um diese Situation zu vermeiden. Oh ja, der rennt auch schnell. Die rennen alle hinterher. Achso, wir sind hier immer noch. Moment mal. Na, wo ist er denn? Hat der eine Waffe? Nein, ach, das ist... Das ist traurig. Wir können keinen anklicken hier. Ach, gestoppte Arbeitsschicht? Nachtschicht. Schalte die aktuelle Arbeitsschicht ein oder aus. Achso, ist schon gestoppt. Das Gebäude arbeitet nur während aktiven Arbeitsschichten. Für jede Arbeitsschicht werden unterschiedliche Arbeiter benötigt. Arbeiter verlieren Besonnenheit, wenn sie in der Nachtschicht arbeiten. Arbeitszeit? 22 bis 6 Stunden. Aktueller Status aus. Gebäudeleistung. Arbeiter pro Arbeitsschicht? Keiner? Wer ist das hier? Steht das nicht? Ach, hier. Köpian Kruger. Das ist aber nicht. Sean Alphonse. Ja, die sind alle noch... Die sind alle gut drauf. Die können noch was machen, oder? Oh, oh, oh. Das geht aber auch. Die Moral geht... Die Besonnenheit geht aber auch ganz schön runter. Die sind alle hier am Einfrieren. Am Erfrieren sind sie alle. Ja, das ist jetzt klar. Das wird so weitergehen, liebe Welt da draußen. Wir können zugucken, wie sie sterben. Haben wir das nicht gut hinbekommen? Hat aber Spaß gemacht, finde ich. Dafür waren wir auch eine ganze Zeit dabei. Ich meine, wenn wir es nochmal bauen, dann bauen wir es anders, okay? Keine Panik. Wir schaffen das schon. Komm, wir machen mal ein bisschen schneller hier. Dann braucht ihr euch nicht so lange zu quälen. Ja, wir haben immer noch keine Ressourcen. Komm einfach nicht rein. Wir kriegen keine... Oder? Moment mal. Pause. Kriegen wir Ressourcen irgendwoher? Metalle nicht. Beton, ja. Haben wir aber ausgeschaltet. Keine Nahrung, keine Edelmetalle. Strom ist knapp. Sauerstoff ist mittlerweile auch schon knapp. Wasser ist knapp. Ja, macht das Spaß? Ich weiß nicht. Wir waren... Wir haben ja auch gar keine Ahnung gehabt, was wir da überhaupt bauen. Oh, wir kommen an. Oh, wir kommen an. Wir hätten noch gar keine Bewohner hier hochholen dürfen. Erstmal, ich habe es so oft... Wie oft habe ich das gesagt? Wir hätten es... Komm, wir machen das mal an. Wir hätten es echt nicht machen dürfen. Denn, äh... Zuerst hätte das alles hier laufen müssen. Zu 100 Prozent. Wenn dann eine Katastrophe gekommen wäre. Das wäre schon schwer genug. Oh nein! Steht er jetzt nicht, wer das war? Tod in der Kolonie. Ach, da steht nicht jedes Mal was dabei. Ach doch, da steht. Ach. Lührt mit... Gospodinov. Die letzten Überriste von Lührt Mehl. Gospodinov. Er ist verstorben. Altersgruppe, Erwachsener, Todesursache, Erfrieren. Oh nein! Spezialisierung, Mediziner. Das war unser einziger Mediziner. Wohnort, Wohnquartier. Und er war nicht auf Jobsuche. Eigenschaften, Gründer, Hypokonder, Alkoholiker. Na gut, sexy war er auch. Ja, warum auch nicht? Ja, gut. Der hätte sowieso einen Nervenzusammenbruch wahrscheinlich erlitten demnächst. Wie lange ist denn das noch kalt hier? Drei Sohls und fünf Stunden kommen. Wir machen nochmal. Meteor Shower incoming. Haha! Den gucken wir uns aber an, ja? Wo kommt er? Ein Meteoritensturm kommt. Ein Sturm gleich! Nicht nur so ein einzelnes Ding, wie wir am Anfang erlebt haben. Nein, ein richtiger Sturm. Wo ist er denn? Ach, in fünf Stunden. Ja, komm, bis dahin kommen noch ein paar Leute sterben. Dann kriegen sie wenigstens die Meteoriten nicht mit. Was ist besser, Erfrieren oder das? Ich weiß nicht, Erschlagen werden? Nee, Zermatscht. Boah. Das ist beides nicht schön. Ich mag darüber gar nicht nachdenken. Wie lange dauert denn die Kälte? We have an oxygen. Our colonists are suffocating. We only have a few hours to get them more oxygen before they run out. Ersticken. Ei, 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 ei. Och, ich bekomme Albträume davon. Nein, das ist nichts für mich. Unsere colonisten. Das ist nicht lustig. Da gibt es überhaupt nicht zu lachen. Unsere colonisten ersticken. Uns bleiben nur noch wenige Stunden, um die Kuppel mit Sauerstoff zu versorgen, ehe sie sterben. Unsere Kuppeln sind so groß, dass sie eine Menge atembahre Luft enthalten. Doch wenn die Systeme ausfallen, die den Sauerstoffvorrat wieder auffrischen, steigt der Kohlendioxidanteil so weit an, dass die Atmosphäre nicht mehr eingeatmet werden kann. Tipp. Kolonisten mit dem Status ersticken haben keinen Zugang zu Sauerstoff und werden innerhalb kürzester Zeit sterben. Verbinde ihre Kuppel mit funktionierenden Moxie- und Sauerstofftanks oder pflanze sauerstofferzeugende Nutzpflanzen auf Farmen, um sie mit Sauerstoff zu versorgen. Hey, hättet ihr das nicht eher sagen können? Wer ist tot? A colonist. The recent colonist deaths are a worrisome trend, which cannot be ignored. Kapitän Moon ist gestorben. Ausgebildete Wissenschaftler, die die Geheimnisse des Kosmos aufdecken möchten. Status erholt sich in Wohnquartier. Ach so, der hatte einfach nur zu wenig Sauerstoff. Probleme ersticken, erfrieren, dehydriert. Okay, geht ja noch. Altersgruppe Erwachsener, Spezialisierung Wissenschaftler, Wohnort, Wohnquartier und Arbeitsplatz deiner. Eigenschaftengründer, Hippie, Veganer. Hm. Eine Mission in Gefahr. Die aktuellen Tode von Kolonisten sind eine beunruhigende Entwicklung, die wir nicht ignorieren dürfen. Die Bewerber, die auf den Mars gekommen sind, waren sich der vielen Risiken bewusst. Doch unsere Fahrlässigkeit ist schon fast kriminell. Wir können der Öffentlichkeit diese Information nicht enthalten. Und böse Zungen behaupten, dass unsere Kolonie eine Todesfalle sei. Diese bedenklichen Gerüchte hält viele wertvolle Kandidaten davon ab, neue Grenzen zu überschreiten. Und genau das sind die Leute, die wir so dringend brauchen, um unser großes Vorhaben, den Mars zu kolonisieren, zu erreichen und unserer Zukunftvision einen Schritt näher zu kommen. Tipp! Jedes Mal, wenn ein Kolonist eines nicht natürlichen Todes stirbt, verlassen zwei Bewerber den Pool. Mal, taut es schon auf? Mal, taut es schon auf? Die Mars-Atmosphäre ist jedoch sehr dünn. Deshalb schlagen die meisten Meteoriten auf der Oberfläche ein. Leider ist das eine permanente Bedrohung, die bei der Planung unserer Kolonien berücksichtigt werden muss. Kuppeln widerstehen direkten Treffern mit überschaubaren Schäden. Doch alle Gebäude außerhalb ihres Schutzes sind gefährdet. Übelschüssige Wasser- und Sauerstoffversorgung ist eine Möglichkeit, diesem Risiko vorzubeugen. Na, dann geht's mal los, oder? Ah, vorbei, vorbei. Wir haben eine Power-Sortage. Hier unten sind wir. Vorbei, 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 vorbei. Die kommen ja aus allen Richtungen hier. Vorbei. Ja, da trifft uns nichts. Okay, wir haben nochmal Glück. Wir liegen außerhalb. Naja, ist das ein Glück? Ich weiß nicht. Sind wir immer noch fünfmal schneller als normal? Ja. Wir haben eine Power-Sortage. Ja, was sollen wir machen? Langsam schalten, damit sie noch langsamer dahin siechen. Was ist hier los? Benötigt Strom. Wir haben keinen Strom. Wir können auch nichts mehr bauen. Wir haben keine Ressourcen mehr. Ich weiß nicht, was man in so einer Situation machen kann. Alle Mann von Bord! Ja, ab in die Rakete. Die Raketen benötigen Treibstoff, um zur Erde zurückkehren zu können. Treibstoff wird in Treibstoff-Raffinerien hergestellt, die als Fertigbauten verfügbar sind oder erforscht werden können. Für die Treibstoffproduktion werden Strom und Wasser benötigt. Ich will sowas nicht mehr lesen. Vorgeschlagenes Gebäude, Forschungslabor. Ein Forschungslabor beschleunigt die Entdeckung neuer Technologien, die die Kolonie verbessern und voranbringen. Weg damit. Ach, endlich. Ja, liebe Welt da draußen. Wird wohl nichts mit unserem Mars-Projekt hier. Gut, dass das keiner mitbekommen hat, was? Komm, wir machen mal ganz schnell. Wir haben eine Kraftverlust. Ja, wir können nichts machen. Oder doch? Können wir hier noch irgendwas retten? Naja, wenn sie auch mehr frieren und verhungern sind, dann brauchen sie zum Beispiel kein Essen mehr, oder? Ja. Ja. Da ist was dran. Moment. Ausschlachten. Weg damit. Das hier bringt sowieso gerade nichts. Ach, Wasser brauchen sie, ja. Vielleicht können wir es ja doch noch retten. Na, seid ihr alle am Arbeiten? Unsere Drohnen bewegen sich ja gar nicht. Oh, die sind alle festgefroren. Wir brauchen das Material. Vielleicht können wir sie doch noch retten. Dauert da ein bisschen, oder? Das mit den Kabeln und Rohren geht aber schnell. Ja, Kabel bringt doch nichts jetzt. Wir sollten lieber zusehen, dass wir... Ach so, wir sind im Pausenmodus. Ja, komm, das geht aber auch nicht. Gibt es doch gar nicht so einen Pausenmodus, oder etwa doch? Ach so, dann müssen wir hier anmachen. Aha. Ach so, ja, das ist ja praktisch. Ganz genau. Okay, wie sieht es aus mit unseren Ressourcen? Einen Maschinenteil haben wir, aber sonst ist nichts besser geworden hier, oder? Stromknappheit haben wir immer noch. Oh. Und Wasser? Wasser ist doch wieder... Nein, Wasserüberschuss 0. Können wir das hier nicht mehr ausschlachten? Und das hier auch nicht? Ist auch viel dunkler geworden jetzt ohne unsere Rakete. Aber was wollen wir mit einer Rakete jetzt? Was fehlt denn? Nicht genug Sauerstoff. Wasser habt ihr wieder ein bisschen und Nahrung? Naja. Und nicht genug Strom. Also Sauerstoff als nächstes. Sauerstoff. Okay. Können wir das denn bauen? Moment, haben wir die Ressourcen dafür? Na, wo steht das denn? Kosten 5 Metall und verbraucht 2 Strom. Ach, wir haben doch sowieso keinen Strom, um das anzutreiben. Kosten 2, nee, 5. Ja, das können wir bauen. Metalle haben wir jetzt wieder ein paar. Wir brauchen aber Energie, ganz dringend. Ach, diese hier oder diese hier? Wir haben eine Wasser-Sortage. Ja. Ein Kolonist hat sterben. Nein. Selbstmord. Captain Moon hat den Verstand verloren und Selbstmord begangen. Und tot in der Kolonie? Tote Kolonisten ein. Ja, wie sieht's denn hiermit aus? Großer Solarkollektor. Wir brauchen Metall. Okay. Oh, nein. Noch mehr davon. Reicht das jetzt? Was stellt das her? Metalle 0 von 4? Warum? Gerade stand doch, wir haben doch hier Metalle 39. 39, das reicht. Wir schaffen das noch. Was ist passiert? Hier wurde jemand geboren? Naja, bei der Kälte. Das wird ein Eiskind. Na, da können wir uns jetzt nicht drum kümmern. Die sollen hier erstmal fertig bauen. Warum dauert das überhaupt so lange? Resources are low. Moment. Ach so. Ja, 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 ja. Normale Geschwindigkeit. Oh, wir brauchen Energie. Und das hier wird erstmal angeschlossen, oder? Oh, wir kriegen das noch. Wir retten die. Moment, Moment. Rohrventil. Nein, Rohre. Ja. Haben wir schon. Ähm, okay. Sieht zwar nicht danach aus, aber... Ja, gut. Strom brauchen wir. Ja. Es ist Nacht. Es kommt kein Strom an. Jetzt aber. Was ist das? Moment, Moment, Moment. Was ist das hier? Wartung. Muss mit einem Stromverbraucher verbunden werden. Ja, schön. Dann machen wir das doch. Energie. Energie. Und Stromkabel. Wir haben eine Wasserversorgung. Ja, doch. Wasser auch. Bekommt ihr sofort. Aber wir brauchen doch erstmal Strom, oder sowas. Wollt ihr keinen Strom mehr? Aufhören. Was hat er? Was ist los mit dir? Was? Hallo? Oh, die ersticken. Stina Jäger. Ausgebildete Wissenschaftler, die die Geheimnisse des Korps muss aufdecken möchten. Ja, dann versuch das mal ohne Sauerstoff. Das ist gar nicht so einfach. Mach doch schnell. Ach so, Moment. Warum baut denn hier niemand am Strom, oder so? Ah, da. Energie kommt. Energie kommt. Okay, Sauerstoff kommt. Da pumpen sie schon. Nein. Nein, 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 nein. Jetzt fehlt doch das Rohr. Ich habe doch gesagt, da fehlt ein Rohr. Rohrventil vielleicht? Wofür ist das gut? Ein Rohrventil platzieren. Muss über einem Rohr gebaut. Was soll das? Was sollen wir mit einem Rohrventil jetzt? Kann manuell aktiviert werden, um die Wasser- und Sauerstoffversorgung zu unterbrechen? Ja, wir wollen ja eben nicht unterbrechen. Ich verstehe nicht. Wieso können wir das denn nicht verbinden? Das steht doch direkt daneben. Wo? Müssen wir das an irgendeiner Seite anbringen? Oder wie soll das gehen? Ja, da. Jetzt geht's. Aha. Okay, Sauerstoff ist schon unterwegs. Aha, Energie auch. Wo ist denn unsere Batterie? Auch da hinten. Moment. Energie aber muss noch verbunden werden. Wo haben wir unsere Kabel? Kabel. Kabel. Und wenn wir das jetzt da rüberziehen, seid ihr alle miteinander verbunden? Nein, das geht auch nicht. Warum? Wie ist denn das hier gedacht? Wir haben eine Wasser-Sortage. Hör auf! Ich mag das jetzt nicht hören. So. Die sind doch alle verbunden. Was soll ich denn noch tun? Steht im Weg. Wir haben eine Power-Sortage. Ja, doch. Was glaubst du, was ich hier gerade tue? Das funktioniert gar nicht. Ich will das verbinden und da steht Außengebäude. Ja, gut. Keine Panik. Was steht hier drauf? Keine Panik. Okay. Na dann. Und habt ihr schon wieder Sauerstoff? Sauerstoff? Yep. Jetzt braucht ihr also Wasser. Versuchen wir es nochmal mit Wasser jetzt. Aber Wasser habt ihr doch hier drüben. Aber keine Energie, oder wie? Das ist ja ausgeschaltet. Warum ist das aus? Wie kann ich das einschalten? Das ist ja eingeschaltet. Warum ist da ein X drüber? Na, was ist... Wo kommt denn dieses X her? Wir haben eine Wasser-Sortage. Ein Gebäude wurde abgeschaltet, aber warum? Wir haben eine Power-Sortage. Oh, jetzt kommt mir aber nicht so. Wir sind gerade dabei, hier alles zu reparieren. Die Kolonisten hungern. Eine konstante Versorgung mit frischen Nährstoffen ist entscheidend für das Überleben der Kolonie. Die Kolonisten halten eine Weile ohne Nahrung durch, bevor negative Effekte eintreten. Aber wenn du sie nicht bald mit Nahrung versorgst, sterben sie. Tipp. Kolonisten mit dem Status hungern haben keinen Zugang zur Nahrung. Liefere Nahrung von der Erde oder produziere sie durch Landwirtschaft, um die Hungernden zu versorgen. Na, vielen Dank. Jetzt bekommt ihr auch alles. Was für eine Katastrophe. Wird denn das hier jetzt ordentlich... Das wird jetzt verbunden. Das hat genug Energie. Und wir kriegen das hier nicht mehr eingeschaltet. Aber warum? Ist doch eingeschaltet. Das hier auch? Nein, das hier anscheinend nicht. Aber warum nicht? Erzeugt Wasser. Machen wir das hier mal auf hoch. Warum ist das ausgeschaltet? Verbrauch, Strom. Ach, Tattes. Wartung. Ach, deswegen vielleicht? Nein, das kann nicht sein. Wartung anfordern. Vielleicht ist es das doch. Hier steht doch gar nicht, dass es ausgeschaltet ist. Warum steht hier oben drüber, dass es ausgeschaltet ist? Fehlfunktionen. Eines deiner Gebäude hat eine Fehlfunktion. Fehlfunktionen werden durch fehlende Wartungsressourcen oder Umweltgefahren ausgelöst. Sie können von Drohnen repariert werden, wenn die benötigte Wartungsressource im Gebiet verfügbar ist. Ach so. Ach komm. Ja, liebe Welt da draußen, ich denke, wir werden das wohl nochmal machen müssen. Werden wir müssen, müssen wir gar nicht. Wenn ihr entscheidet, wir wollen daraus eine Serie sehen und wollen sehen, dass wir es auch mal schaffen, hier zu überleben, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Und lasst es mich durch Likes und durch das Teilen des Videos erfahren und vor allem auch durch das Zugucken. Dazu kann ich nochmal sagen, zurückspulen kann die Zuguckzeit zum Beispiel verbessern, vorspulen oder rein spulen, verschlechtert immer die Wiedergabezeit in der Analyse bei YouTube. Nur so viel am Rande. Das habe ich auch erst vor kurzem rausgefunden. Ich habe es schon mal gehört irgendwo, aber ich war mir nicht ganz sicher. Und dann habe ich letztens gesehen in der Analyse, als ich ein Video analysiert habe, da habe ich gesehen, da stand das dann auch. Vorher habe ich es nochmal irgendwo in irgendeinem Forum gelesen. Machen wir jetzt weiter hier noch? Hier gibt es zum Beispiel, was ist das? Sauerstoff. Und es ist nicht verbunden mit einem Rohr. Gebt mir ein Rohr, sofort. Dann haben wir das Sauerstoffproblem schon mal gelöst. Ja, wir werden hier rumdoktern noch, soweit wie es geht. Wir werden noch alles versuchen. Na nun? Warum können wir das nicht verbinden? Also das ist irgendwie merkwürdig gemacht. Da, ich möchte das doch hier... Ja, aber das ist ja jetzt nicht mit der Kuppel verbunden, obwohl es direkt da angrenzend ist, daneben steht. Da muss vielleicht erst gebaut werden. Ja, wie auch immer, ich gucke so auf die Größe der Festplatte und die Festplatte ist gleich voll, leider. Ja, wie gesagt, noch mal, lasst es mich wissen, wollt ihr eine Serie daraus oder doch lieber nicht. Im Moment ist es sowieso knapp. Die Serien werden sowieso ein bisschen auf die nächsten Wochen und Monate verschoben. Risen, habe ich gehört, sollte ja auch noch kommen. Und mit Kingdom Come Deliverance sieht es auch so aus. Als würde daraus eine Serie... Als würde daraus eine Serie entstehen. Ja, ich weiß auch nicht. Wir können auch jetzt... Wir haben jetzt alles versucht nochmal. Die haben immer zu wenig Energie. Wir haben die Leute einfach zu früh hierher geholt. Wie gesagt, schreibt es bitte in die Kommentare. Und lasst es mich anders wissen. Dann teilen könnt ihr, glaube ich, auch auf Facebook die Videos unter dem Video. Habt ihr immer die Möglichkeit, da gibt es so einen kleinen Link, den... Oder beziehungsweise eine Schaltfläche teilen. Die könnt ihr anklicken und... Tja, das ist auch total unsinnig hier mit den Rohren. Und den Link, den könnt ihr dann teilen. Zum Beispiel auf Facebook oder so. Dann wüsste ich zum Beispiel Bescheid, dass ihr hieraus eine Serie... ...haben wollt. Nur so nochmal am Rande. Das ist totaler Unsinn mit diesen Rohren. Irgendwie verstehe ich das System nicht mit den Rohren. Mit Gebäude verbunden. Ja, mit Gebäude verbunden. Nicht verbunden. Wir haben eine Oxygen-Shortage. Na ja, man muss ja auch nicht alles spielen wollen, können. Ja, ich weiß nicht. Ich verstehe das mit den Verbinden hier anscheinend auch überhaupt nicht. Das geht ja nicht. Jetzt verbinden wir hier den Sauerstoff mit dem Wasser und dann haben wir Wasserstoff. Ach, so funktioniert das doch auch nicht. Das ist Quatsch. Das ist doch nicht verbunden mit der Kuppel hier. Ach, Moment mal. Das hier sind die Verbindungsteile. Ja, und das kann man doch nicht wissen. Hm, ja, das kann man nicht wissen, weil man auch nie die Tutorials startet als erstes. Das wäre doch mal was. Da geht's nur rein mit dem Wasser. Aber das hier erzeugt Sauerstoff. Und das hier auch. Ja, wenn das hier Sauerstoff erzeugt, dann... Immer mit der Ruhe. Keine Panik. Steht doch da. Schwupp. So. Wenn das steht, dann ist alles gut. Beschleunigen wir. Er ist eigentlich gerade gestorben. Ah, da stirbt keiner mehr. Alles ist gut. Ja, in Anbetracht der Lage, dass die Festplatte gleich voll ist, müsste ich mich jetzt bedanken an dieser Stelle. Obwohl ich ganz gerne sehen würde, ob wir es doch noch schaffen eventuell. Ah, das ist im Eifer des Gefechts. Jetzt habe ich es ja verstanden. Hier gibt es so Kopplungen und hier gibt es Kopplungen. Und das würde man natürlich alles wunderbar in einem Tutorial lernen, wenn man das mal machen würde, wie gesagt. So, Sauerstoff sollten wir jetzt wieder genug haben. Sauerstoff geht. Stromüberschuss haben wir sogar diesmal. Ja, dann können wir doch direkt hier weitermachen. War ein bisschen kritisch. Die Leute haben ein bisschen gelitten. Als nächstes müssen wir uns hier noch um die Nahrung kümmern. Aber vielleicht machen wir das erst, wenn die Kältewelle vorüber ist. Und ich befürchte, dass gleich einfach hier die Folge zu Ende ist. Also, ja, okay, überredet. Liebe Welt da draußen, wir hängen noch einen hinten dran, okay? Der kommt dann bestimmt nicht heute, weil das Kodieren, das Rendern wird mit Sicherheit super lange dauern. Und ich glaube nicht, dass der das schafft, bis Samstag alle Folgen zu kodieren. Alle fünf oder sechs, wie viel? Ich weiß nicht. Eine hängen wir noch hinten dran, okay? Also, die NET Special nochmal eine Folge hinten dran, weil es so viel Spaß macht und weil wir vielleicht doch noch unsere Kolonie retten können hier. Gut, nichtsdestotrotz bedanke ich mich an dieser Stelle dann für euer Zusehen, für eure Kommentare. Und ich bedanke mich aus. Die Founders sind die Pillare der Zukunftskolonie, die für Generations erinnert werden, für eure Likes. Außerdem für eure Likes. Ja, eine Folge kommt anschließend dann noch. Was auch immer hier jetzt gerade stört, was hier auch immer gerade stört, steht. Ich lese es noch ganz schnell vor. Im Weltraum hörte ich keiner weinen. Die Gründer sollen die Grundlage einer zukünftigen Kolonie bilden und man wird sich auch Generationen später noch an sie erinnern. Denn sie sollen dort handeln und leben, wo noch nie ein Mensch zuvor gelebt hat. In einer Umgebung, die nicht dafür bestimmt ist, dass Menschen sie bewohnen. Darum waren wir alle so schockiert, als wir feststellten, dass Tina Jäger so eine riesige Heulsuse ist. Der Gründer Tina Jäger hat die Eigenschaft Heulsuse. Okay, es tut mir leid, wir werden in der nächsten Folge, werden wir Sie betrauen. Moment, wo ist sie denn? This will go down in history. Wow. Muss das sein? Ich bin doch schon am Ende. Wir sind doch schon durch fast. Okay, das lese ich noch ganz schnell vor. Das Tor zu den Sternen. Das ist ein historischer Tag für die Menschheit. Der Langzeittraum der gesamten menschlichen Zivilisation, eine andere Welt zu besiedeln, ist wahr geworden. Ich bin begeistert und stolz, zu den Menschen zu gehören, die das möglich gemacht haben. Wir werden bereits mit Bewerbungen zur Umsiedlung auf den Mars überschwemmt und das Fernsehen und der Enthusiasmus dieser Leute macht mich stolz, ein Mensch zu sein. Der rote Planet ist nach wie vor unwirtlich und sogar gefährlich. Aber wir als Spezies haben stets unsere Fähigkeiten bewiesen, uns anzupassen und zu verbessern. Die ungünstigsten Bedingungen sorgen lediglich dafür, dass wir uns noch mehr anstrengen. Deshalb sage ich, packen wir es an! Effekt? Die Kolonie wurde positiv bewertet. Und es können zusätzliche Kolonisten von der Erde geholt werden. Oho, was für ein spannendes Abenteuer uns erwartet. Ja, dann sage ich noch Daumen hoch für euch. Macht's gut. Und das meine ich auch so. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Sack. Tschüss. Alles. t